Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Einführungsvideo Englisch lernen mit Speedlearning mit unserem Videokurs. Das ist das Einführungsvideo, das du hier, wenn du da drauf klickst, angucken kannst. Und der Kurs ist im Grunde ganz einfach aufgebaut. Du hast das gesamte Trainingsmaterial auf Deutsch. Wir haben dir hier zunächst einmal die ersten 60 von insgesamt 100 Videos freigeschaltet. Du siehst also hier die verschiedenen Inhalte jeweils auf Deutsch und dazu hast du dann entsprechend die Trainingsmaterialien auf Englisch. Hier haben wir für dich die ersten 30 von 100 Videos freigeschaltet und zwar aus dem Grund, weil Video 30 eine Zwischenprüfung ist. Das heißt, du arbeitest die ersten 30 Videos durch, schaust dir dann an, ob du den ersten Test hier schon bestehen könntest und klickst dann auf Termin für den ersten Zwischentest. Damit vereinbarst du einen 15-minütigen Termin mit mir und wir überprüfen deine Sprachkenntnisse. Wenn du diesen Test bestehst, schalten wir die nächsten 30 Videos für dich frei. Dann hast du den zweiten Test nach 60 Videos und wenn du den auch bestanden hast, dann bekommst du die restlichen 40 Videos freigeschaltet und am Ende dann eben das Sprachzertifikat von uns über diesen ersten Kurs. Außerdem hast du das gesamte Material auch als MP3-Datei zum Download, damit du überall, wo du gerade bist, diese Übungen auch machen kannst. Ist also eine ganz feine Sache und das Einzige, was du machen musst, ist jetzt auf den Link zu klicken und loszulegen. Prima, dann bis gleich.